hallo und herzlich willkommen zur achten folge von park souls wir haben uns ein bisschen vor gewagt hier in dem anwesen oder was auch immer das ist und der pompenwerfer müsste quasi genau über uns sein steht irgendwas steht denn da vor dir feind das ist richtig positiv drei stücks und ist dass er uns dann nicht treffen kann eine will schon zu uns ja ja das war klar so hat er sogar dahin wobei es werfen kann ja ich mal treten zack so was zum letzte äh und der heck da ne das ist schon da glaube ich egal machen wir uns später Gedanken drüber und da rüber ich rief es einfach mal jep aha aua 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 komm schon au so ein paar ui 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 nicht runterfallen verdammt was müssen wir da hinterher mehr Gegenstand zu bekommen na gut machen wir uns erstmal das hier in der Seele in der Seele oh Autsch naja Hauptsache wir machen eine 3-Punkt-Landung ich wohne wieder so eine blöde Höhlenkriegerrüstung was soll denn das scheiß egal nun gut nun gut da haben wir eine Tür und jetzt hier hin was war das? so ach so ist das das einfach mal einer mit einer Armbrust das einfach mal einer mit einer Armbrust was ist das? was ist das? versuch's mit Scharfschütze gelobt sei die Sonne ja was ist das? versuch's mit Köder ja wahrscheinlich wegen den aber wegen 2 3 ja gut sollte man sich vielleicht einfach mal überlegen ja ja soviel dazu ja schießt das der denn oder die denn hin? meine Güte ja jetzt haben wir sie auch so gepolt bei ihnen ganz zumindest na 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 ja komm her ähm komm halt so piu 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 ich hab hier auch zu schön klappen können das weg zack 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 na 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 wöser Kerl Achtung vor dir Falle ok kann jetzt nix zwei mal Falle zweimal Falle Hmm hm ich kann jetzt hier nichts als Falle erkennen hm ich würd sagen wir gehen erstmal hoch Ich hab echt Angst. Da ist was. Na? Ja. Na schon. Na? Den haben wir noch gut verarscht. Ja komm. Geben wir allen mal ein Danke, dass die immer nicht bewertet sind, find ich merkwürdig. Ja komm. Jetzt ist es bewertet. Das sind ja aber auch ein paar Arschkekse. Nichts am bewerten. Was ist denn da? Moment. Moment. Ist da irgendwas? Okay. Ich sag jetzt einfach mal nein. Ja, die Gäste hab ich auch schon gesehen, aber da kommen wir noch nicht ran. Moment. Moment. Wenn wir jetzt da durch die, ups, durch die Tür gehen. Müssten wir da rankommen. Tatsache. Ach. Na denn. Gebe to me. Goldharz. Was ist denn Goldharz? Goldharz. Was? Aha. Fügt Waffe der rechten Handwitz hinzu. Mhm. Interessant. Gut zu wissen. War irgendwie so richtig. War irgendwie so richtig. Einfach verwurziger, wo sich das lohnt. Haben wir noch gar nicht. Da lassen wir das erstmal. What the heck. Okay. Erstmal nach oben. Erstmal nach oben. Okay. Okay. Hm. Nicht. Was steht da? Boss. Okay. Wollen wir dann erstmal nach oben weiter. Wollen wir uns dem annehmen. nach oben weiter. Okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Die Tür. Die Tür hatten wir hier auch noch. Äh. Black. Beschlossen. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal unten lang. Wenn das alles hier ausgekrimse, kramse ist. Ähm. Wer bist denn du? Ich nehm einfach mal lieber Vorsichtshalve. Ich hab grad ein bisschen Respekt. Ja. Check das nicht. Juhaha. Uh. Uh. Der hat uns. Ganz schön schnell. Okay. Der ist ganz schön fix. Der Junge. Oh. Träten funktioniert nicht. Oh. Der lässt sich von uns nicht beeindrucken. Pff. Oh. Aua. Du blöder Kerl. Ne. Dem hab ich jetzt grad ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Wow. Der steckt aber einiges. Den ist weg. Okay. Ähm. Da war ich jetzt grad ein bisschen wach. Der ist gefährlich. Gut. Aua. Hey. Wie sind wir denn jetzt hier? Warum. Sind wir denn nicht hinten bei dem. Schönschutz gemein. Ich dachte man startet da bei dem Feuer. Oh. Das hab ich anscheinend irgendwie falsch verstanden. Hier bin ich. Ist der da? Na komm. Äh. Das gibt's nicht. Ah. Jetzt trifft der auch noch. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich würd ja jetzt echt gerne mal wissen, warum wir nirgends invasieren dürfen. Autsch. Das war nicht gut. Uiuiuiuiuiui. Okay. Das war aber nicht gut, was wir hier gerade getrieben haben. Mann, Mann, Mann. Das muss besser werden. Das muss besser werden. Guck. So. Stimmt, wir hatten ja jetzt einen Schlüssel. Okay. Kann man ja nochmal ausprobieren, ob wir jetzt hier durchkommen. Nee. Okay. Es ist ja schon ganz schön bitter hier alles. Wow. Wow. Ich muss eindeutig vorsichtiger werden. Eindeutig. Ja. Super. Ja. Sehr gut. Wollen wir auch gar nicht mehr Fässer machen und so. Das bringt's ja alles nicht. Damit er da oben entlangläuft, den können wir dann mal liegen lassen. Oder laufen lassen, vielmehr. So. Komm mal her. Sehr schön. Ganz souverän. Ah, die Axt ist gegen die ganz gut. Eine Scharfschütze. Zack. So. Und wieso? Das ist doch an. Ich versteh nicht. Hm. Fachen dürfen wir nicht. Wenn wir nur Hülle sind. Wir dürfen nicht inversieren. Das ist so gemein. Ich würde ja gerne. Ich darf aber nicht. Oh ja. Da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das Tier wieder auftauchen. Oh. Moment. Das ist jetzt unser erstes nicht aufgeladen. Das ist interessant. Das wäre etwa nur... Hm. Komisch. Egal. Ich würde gerne mal ein Level holen. Das wäre mal wieder ganz cool. Au. Oh nee. In die Seite. Schwein. Nein, nein, nein. Das muss echt besser werden. Hier mit uns. Erstes schlucken wie... Ah. Tee. Das ist auch nicht gut. Hallo? Wieso? Ich sag's gerade noch. Erstes schlucken wie Tee. Hörst du mal auf, uns hinterher zu laufen? Das reicht's mir aber. Meine Güte. Wieso sollen wir jetzt einen Boss machen? Na, ich weiß nicht. Erst mal die Seelen holen. Das wäre viel wichtiger. Ja. Von denen jetzt zwei, drei. Nöööööööööэ. das muss eindeutig besser werden steht hier Aussicht 12 schlechter Scherz noch einer also mit denen kommen wir relativ klar nö 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 haben eben unsere Seelen wo sind denn die eigentlich hier ach ja, weil wir den Kippen hierher gezogen haben wollen wir nicht vergesslich ui 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 schlüssel dafür brauchen wir so einen Schlüssel nicht am ernst das wäre aber wirklich ein bisschen wenig so, die Typen nochmal irgendwie ganz geschmeidig hier ums Eck bringen ja so viel dazu schlecht, schlecht, schlecht was möchte er springen wo hin oh das ist ja gemein da kickt da einen einfach raus was ist denn das für ein Scheiß das ist ja das ist ja skandalös hier skandalös ja da wollen wir mal eben schnell wieder reinhüpfen hoffe ich ja nein will ich nicht verbinde mal bitte skandalös hier hat sagt bloß da kann ich verbinden doch sehr gut kann mal wieder schnell rein hier das ist ja gemein, dass er einen eiskalt dann rausschmeißt ach und dann sogar auch noch genau an der Stelle abspeichert interessant so da waren wir da unten ist was da möchten wir hin ohne zu sterben wenn möglich ich würde sagen ja das war jetzt auch eigentlich sehr dumm von hier ran ja tschüss das war gut ach jetzt dürfen wir auch hier wieder starten das ist ja skandalös wie jetzt äh wo sind jetzt unsere Seelen wie jetzt Moment sind die jetzt weg ja oah das ist auch da sind sie würde schon grad meckern Mekkern hüllen Schild okay uiuiuiui was ist denn das höllenschild das besser ein bisschen mehr nehmen wir einfach mal oh ja unsere bewegung und so hat sich scheinbar auch noch nichts geändert ist okay ja wenn man nicht zu schwer ist muss man nicht echt aufpassen und echt langsam das wollen wir ja nicht so schön ja das sieht ganz nett aus kann man nicht meckern also der typ da unten der eine ganz eben gekillt hatte er hat ganz schön viel leben das kommt keiner bewertet wieso dürfen wir das immer noch nicht benutzen interessant ist jetzt kein grund warum nicht okay so weit kommen sie nicht egal dann nutzen wir mal Levelaufstieg so und zwar ich würde sogar schon fast sagen eine Beweglichkeit eine Konstitution noch würde ich sagen oder in Vitalität ja Vitalität ist gut 1100 über das ist okay so wir sind nämlich dann jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt ich hoffe ihr habt soweit Spaß gehabt und ja wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf bald bis 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 Vielen Dank.